Es ist so, ich habe es am Anfang der Saison gesagt, wir haben drei Weltklasse-Innenverteidiger, drei deutsche Nationalspieler, wo ich eigentlich die Augen schließen kann und zusehen kann, wen habe ich dort ausgesucht. Also es können alle drei spielen. Ich habe für morgen eine Idee, aber die Idee ist noch nicht ganz abgeschlossen, so dass ich jetzt noch nicht ins Detail gehen möchte. Er kann auf jeden Fall sowohl eins mit zwei spielen, zwei mit drei und eins mit drei. So, und jetzt können Sie sich aussuchen, wer wer ist. Ja, beim Kingsley bin ich sehr glücklich. Wir hatten gestern ein Training. Diejenigen, die jetzt das Wochenende gespielt haben, haben reduziert gearbeitet. Die anderen haben noch etwas mehr gemacht. Und er hat gestern, also ist an die Maximalbelastung gegangen, so dass er fit ist für morgen. Wir müssen noch schauen, inwieweit das reicht von Beginn an oder eben nicht. Das werden wir schauen. Ansonsten bin ich wirklich glücklich, dass er wieder dabei ist, weil das gibt uns noch eine Alternative, eine andere Dimension. Mehr zu Franck. Da muss man, glaube ich, auch nicht allzu viel sagen. Auch hier gilt, Qualität ist immens groß. Alter schützt vor Leistung nicht. Und bei solchen Spielen, das ist das, was Franck braucht. Das ist das, was er schon in seinem Leben, ach, zig, hundert Male schon auch gespielt hat. Das sind diese Spieler, die man auch in solchen Spielen braucht. Ja, wir haben in Liverpool über Javi Martinez gesprochen. Und in solch einem Spiel morgen ist sicherlich Franck Ribéry auch einer, der diesem Spiel mit seinem Namen, mit seinem Können auch den Stempel setzen kann. Das ist das, was wir sehen.